Was für ein geiler Scheiß. So sieht's aus. Jetzt ist sie bei uns, die Holde Maid. Und Trishka, jetzt ballern wir schon zu dritt durch die Gegend. Wie geil ist das denn? Es gibt nichts mehr zu essen, also halten die Skulls die Creeps wie Vieh. Creeps wollen sich rächen und massakrieren alle Menschen, die sie finden. Ist, was für Killshots wir mit dem Sniper noch machen können. Denn wir werden auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr viele Snipers benutzen. Töte einen Gegner, indem du eine Detonation verpasst mit der ferngesteuerten Kugel. Ah, ja, ja, klar. Das können wir gerne mal machen. Schießt auf einen Gegner und sorge dafür, dass er beim Auftreffen auf ein Hindernis der Umgebung stirbt. Ja, töte einen Gegner, der nicht das eigentlich ausgewählte Ziel der Kugel ist. Na, das hat ich schon fast schon mal geschafft. Und töte einen Gegner, indem du eine Kugel in seine Eier steuerst. Ja, das war irgendwie auch zu erwarten. Da werden wir auf jeden Fall noch was machen können. Und wir nehmen sie doch direkt mal wieder in die Hand. Ne, wie war das töten aus? Och komm, Ishi, warum machst du jetzt einen Kopfschuss, während ich hier einen Skillshot machen wollte? Mist, wir sind voll dabei. Ist doch gar nicht schlecht. Dann konzentrieren Sie sich wenigstens nicht auf uns. Das werden sie noch. Der einzige Ausweg führt da durch. Okay. So, das mit dem Eierschuss wird wahrscheinlich... Ach, scheiße. Hätte jetzt aber fast geklappt, weil ich jetzt einen anderen anvisiere. Und dann... Bluff, jawoll. Das war's, was ich haben wollte. Jetzt würde ich gerne noch den Eierschot schaffen. Ähm... Tja, das ist zum Beispiel ziemlich schwierig. Ja, weil die sich ja immer so verstecken. Beziehungsweise... Es sieht zwar immer so aus, als würde ich genau das schaffen. Aber irgendwie ja dann doch nicht. So, und... Komm. Ja, komm, das war ja mal ein Gnattertreffer. Komm schon, ey, wie dem seine Eier geblutet haben. Oh. Ja. Äh, uncool. Das ist aber schon wieder cool. Boah. Diese permanente Action ist so geil. Wirklich geiler Scheiß. So, Munition ist super. Was ich unbedingt jetzt noch machen will, ist das mit der Detonation. Ähm... Ja, gut, das macht Ishi. Nein, jetzt schaffe ich das da mal da hinten. Achtung, Gott. Äh, scheiße. Nein. Ja, 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 ja. Oh, geil. Hikarus. Und jetzt... Können wir gleich noch versuchen... Oh, der fliegt jetzt gerade so schnell runter. Scheiße. Da hab ich schon gedacht, dass ich das nicht schaffe. Aber wenn die so weit oben sind, dann hab ich hier gute Chancen... Äh... Den Killshot mit den Eiern zu machen. Und... Und... Äh... Äh... Ja, es war Icarus, aber halt irgendwie auch nicht so in die Eier. Scheiße. Wie vorgestellt. Du schon wieder. So, sind das 10 Meter Entfernung? Angeber. Yep. Es waren 10 Meter. Okay, das war irgendwie jetzt nicht so ganz beabsichtigt, aber... Hatte auch was. Hier weitere Schwänze am Arsch. Schwänze am Arsch ist super. Äh... Also nein. Eigentlich nicht. Mann, du stehst im Weg. Hä? Was ist jetzt passiert? Du darfst dich jetzt schon mal verpissen hier. Und was ich jetzt auch noch unbedingt machen will, ist einen mit der Peitsche herziehen. Ihn kicken. Und... Ja. Ja, okay. Das geht natürlich auch. Ich seh nichts. Oh, der knallt mir ja hier hinten gleich irgendwo hin. Ähm... Ja, scheiße. Das war nichts. Ah, Kugeln, bring's nicht! Und wir müssen hier irgendeinmal... ...gehörig in... ...in das Fire kicken. Scheiße. Ah doch! Nachbrenner hat funktioniert. Wollte jetzt eigentlich nur nicht sterben. Weil ich auch überhaupt nicht jetzt wo... ...wie lang müssen. Ich nehme an, einfach hier weiter. Jupp, das war... Oh! Okay. Du kannst eigentlich ja mal gepflegt sterben gehen. Du sowieso. Du rennst mit deinem Kopf einfach mal in meine Kugel. Das ist auch voll okay. So, und rein da. Tja. Tja. Nett. Mir auch egal. Ah, Aussicht. Schön. Aber keine Zeit dafür. Action. Na, ist nicht wahr. Komm mal her, ja. Und? Mann, ich hasse es, wenn das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Boah, shit. Sorry, Ishii, das war nicht so geplant. Genau. Nein! Du sollst eigentlich mal da runterfliegen jetzt. Komm! Höhlenangst. Cool. Hat der funktioniert. Will mich da hier schon wieder einer von der Seite kicken, oder was? Also, manchmal ist die echt cool, die Waffe. Schlagabtausch. Vielleicht sollten wir die auch mal benutzen, indem wir welche wegkicken und dann versuchen, einen Kirschatz... Oh! Der ist ja hier mächtig nah, der Typ. So, das war aber nur der normale Kugelkick. Vielleicht gibt's auch noch einen unten ohne... Oh, unten ohne. Ja, doch. Unten ohne. Da müssen wir mal gucken. Okay, das war... Freundbeschuss. Auch okay. Hat da jemand gerade vom Duke gesprochen? Hä, wo ist er denn? Oh, Höhenangst und Pumgang. Und tschüss. So, wie war das mit unten ohne? Ja. Nein, ich höre nichts. Was soll ich denn hören? Ach, meinst du, der... den Radiotypen hier? Tja. Und wieder News vorzustellen. Ups, nicht reden. Ziehen. Das ist wie bei Türen im Einkaufszentrum. Drücken, nicht ziehen. Oder eher ziehen, nicht drücken. Benutzen, nicht kicken. Ah, läuft. Oh, fahren wir jetzt weit nach oben. Da wären die Höhen-Shot-Kill-Shots ja noch geiler. Lass mal gucken, was uns jetzt hier schon wieder erwartet. Bestimmt dasselbe wie sonst auch. Toll, dann mal los. Äh, ja. Ich wollte eigentlich nicht da runterkicken. Hat auch gut funktioniert. Aber hier will ich eigentlich schon wieder mächtig Ärger machen. Nee, ich wollte gerade sagen. Ich habe nichts gesehen. Aber das hat mir auch dem Sinne Wut-Award gegeben. Und das völlig zu Recht. Oh, 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 oh. Nicht sterben. Nein, 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 nein. Alles andere. Aber nö, sterben. Jetzt kann ich es gerade echt nicht gebrauchen. Scheiße, nicht aufgefasst. Okay, dann müssen wir das jetzt erstmal so erledigen. Oh! Unfall und Mahlzeit. Der Kill war wirklich geil jetzt gerade. Okay, den höre ich jetzt nicht erwischen aus. Er läuft mir genau in die Nase. Und das macht er selbstverständlich. Wie gut. So, da hinten sind noch massig Gegner. Da kommen wir jetzt aber so nicht hin. Das heißt, wir werden erstmal hier mit Wasser nass gespritzt. Sauerei. Aber sehr coole Effekte auf dem Bildschirm. Gefällt mir. Schöner Lärm. Was machen wir jetzt? Boah, es sieht aber auch schon wieder gigantisch aus, Mann. Ja, was machen wir jetzt? Da wird es wohl schon irgendeinen Haken geben. Da sehe ich es auch schon. Ja, dann legen wir halt einfach alles um. Ne, 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 nicht mit mir. Ja, komm, nur hergelaufen. Und springen. Blinde Wut. Ich wollte jetzt eigentlich mal diesen unten ohne Killshot. Ja, das hat zwar funktioniert, aber irgendwie nicht so viel gegeben, wie ich mir das ausgemalt hatte. So, wer snipert hier? Wer kann das snipert hier doch? Du. Ich würde ja echt mal lachen, wenn mich einer so im, im Sterben tötet. Und das fände ich halt mal richtig imbar. Wups, Allah. Ach, und nicht die schon wieder. Boah, da versuche ich doch gleich mal was Cooles. Ähm, ja. Fliegenklatsche und... Eikoros. Ah, da sind noch mehr Gegner. So, wie war das mit dem Eierschuss? Das schaffe ich wohl nie. Aber das funktioniert zumindest ganz gut hier. Ah, das hat immer so wenig Schisse. So, ihr könnt euch mal jetzt hier verpissen. Du stirbst von alleine? Ja, ist cool. Aber ich mache noch einen kleinen Nachbrenner. Gefällt mir ganz gut. Also wird es auch beim zweiten klappen. Ach, Mädel. Nur am Meckern. Aber vielleicht sollten wir uns da ein bisschen schicken hier. So, was machst du? Einfach erstmal kicken, auch wenn wir keine Ahnung haben. Wups. Was es macht. Die ersten zuletzt? Okay. Klingt ja nach einem sehr coolen Killshot. Wow, was mache ich hier eigentlich? Was habe ich dir gesagt? Oh, ich glaube, wir haben den Damm kaputt gemacht. Äh. Das ist dein Plan. Wir müssen hier weg. Äh. Spring. Spring. Hallo. Zum Teufel damit. Lass mich... Boah. 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 Oh. Boah. Oh mein Gott. Ja, nein. Erzähl Sachen. Mann, ich kann überhaupt nicht zielen. Es ist so wackelig. Ich kann nicht voll vergessen. Das geht nicht. Das kannst du voll vergessen. Dann verballere ich noch meine Munition. Okay, vielleicht habe ich so eine Chance. Nein, ich kann sie nicht anvisieren. Oh, oh.